Der Abfahrtsweltmeister und mehrfache Weltcup-Sieger Franz Heinze trainiert heute die Nachwuchsfahrer von SwissSki. Der Vollprofi weiss, wie wichtig die Vorbereitung auf die Wintersaison ist. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass man einen guten Grundaufbau macht und viele Trainingseinheiten in verschiedensten Formen absolviert. Mit dem Kibbutt kann man die Fussmuskulatur und die Tiefermuskulatur besonders gut stärken. Damit kann vorbeugend sehr viel bewirkt werden. Der Kibbutt ist ein spezieller Schuh mit einer weichelastischen Sohle. Dank dieser ist man ständig in Bewegung und trainiert die Tiefermuskulatur. Mit wenig Aufwand ist man so bestens auf die Ski- und Wintersaison vorbereitet. Die zahlreichen Auszeichnungen bei Franz Heinze zu Hause erinnern an die erfolgreichsten Zeiten des ehemaligen Schweizer Skirennfahrers. Besonders gerne denke ich an Kitzbühel zurück. Dort habe ich auf der schwierigsten Strecke, auf der Streif, dreimal gewonnen. Zudem habe ich auch das Lauberhornrennen gewonnen und alle fünf grossen Klassiker. Franz Heinze war ein echtes Ausnahmetalent. Noch heute ist der Sport ein wichtiger Bestandteil im Leben des 15-fachen Abfahrts-Weltcup-Siegers. Ich fühle mich gerne gesund, fit und wohl. Ich fühle mich gerne gesund, fit und wohl. Das mache ich dank dem Kibounde, auf dem ich oft sprinte, mich bewege und Krafttrainings absolviere. Es ist ein hervorragendes Instrument fürs Training. Ich fühle mich wohl auf dieser Matte. Die Idee der Matte ist in den Kibbutt integriert worden. Mit dem Kibbutt fühle ich mich, seit es ihn gibt, sehr wohl. Ich habe das Gefühl, dass durch die Schuhe die tiefe Muskulatur der Füsse gestärkt wird. Zudem fördert er die Rumpfstabilität und eine aufrechte Haltung. Vom Luftsohlen-Schuh ist Franz Heinze so begeistert, dass er in der Schweiz einen eigenen Job eröffnet hat. In diesem verkauft er den Kibbutt. Wir haben relativ viel auswärtige Kundschaft. Dies freut mich. Es gibt schon Leute, die speziell zu mir kommen, damit sie sehen, was Franz Heinze macht. Was er für ein Produkt hat. Das muss ja etwas Spezielles sein. Sonst würde er dies nicht machen. Zahlreiche Kunden wollen vom Wissen von Franz Heinze profitieren. Aus seiner Aktivzeit weiss er genau, wo die Schwachstellen am Körper sind. Die Knie sorgen bei vielen immer wieder für Schwierigkeiten. Auch diese wirken beim Skifahren starke Kräfte. Aber auch die Rumpfmuskulatur und die Rückenmuskulatur wird beansprucht. Genau diese Muskeln werden mit dem Kibbutt gestärkt. Ob man dies möchte oder nicht, sobald man einen solchen Schuh trägt, wird die Muskulatur gestärkt und ist dadurch sofort besser auf den Sport vorbereitet. Nicht nur die Skifahrer haben die Vorteile des Kibbutts entdeckt, sondern auch andere Sportler dürfen dank dem Kibbutt Trainingserfolge verbuchen. Es ist vom HC Davos und dem FC Basel erwiesen, dass die Fussgelenke gekräftigt werden. Die Sportler haben jetzt viel weniger Verletzungen und die Fussballer sind teilweise antrittschneller. Denn der Fuss bestimmt relativ viel vom Menschen. Er ist das Fundament des Menschen und ich bin mir sicher, dass der Kibbutt den Menschen gesamtheitlich sehr viel bringt. Im Schnee neben der Skipiste hat der Schuh noch einen schönen Nebeneffekt. Ich habe warme Füsse, permanent warme Füsse, habe eine hervorragende Bodenhaftung und mache für den Körper insgesamt sehr viel und kann dies sogar noch in den Alltag integrieren. Dank der weichen Sohle hat man auf jedem Untergrund guten Halt. Man rutscht also nicht. Für Franz Heinz ist deshalb klar, der Kibbutt erfüllt all seine Anforderungen und ist erst noch bequem.